Team der BBS 1 und die Sides des Ufers, die Heraklin. 300 Meter, noch 200, 250. Eines der beiden Boote sehr taktvoll und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Taktgefühl wie die Wiener Philharmoniker. Ich glaube leicht in Führung liegend, das Boote Heraklin, dicht gefolgt von der BBS 1. So, wenn ihr wollt, ihr könnt sie ruhig anfeuern, jubelt ruhig ein bisschen, das bringt nochmal 3 PS. Nummer 80, komm! Komm BBS, haut nochmal rein! Leichte Führung für die Heraklin, aber ihr wisst, die Zeit ist entscheidend. Also BBS, legt ihr mal eins vor, eure Zeit entscheidet. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11! Die WDS 1 ist jetzt auch im Ziel mit einer Zeit von 1,45,9. 1,45,9. Die WDS 1. Jawohl. Wir werden es. Als nächstes machen Sie sich bitte schon mal bereit.